Nur wegen ihm hier habe ich mein Gesicht gerade komplett einmal rasiert, denn er zeigt eine Foundation, die gerade mega viral hier auf TikTok geht. Mein Gesicht ist so weich wie ein Babypopo jetzt. Ich habe auch schon Primer und Hautpflege aufgetragen, deswegen cleanse mein Gesicht so, denn wir tragen jetzt diese gehypte Foundation auf. Und weh, ich habe mein Gesicht umsonst rasiert. Das ist eine 2 in 1 Foundation und das krass ist einfach, die geht von einer cremigen Konsistenz in eine pudrige Konsistenz. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Ich meine, ist es physikalisch überhaupt irgendwie möglich? Ich habe die Farbe 010 und die kostet nur 3,95 Euro. Ich gehe jetzt erstmal mit meinem Finger so rein. Fühlt sich ein bisschen an wie Wachs. Ich gebe mir einfach mal so ein bisschen auf und verblende die mal mit dem Sponge. Warte mal, wie krass sieht es hier bitte aus? Schaut euch mal diesen Unterschied hier an. Jetzt das Ganze mal mit dem Pinsel. Das ist krass. Verblenden. Ach, du heilige Makrele. Ähm, ich trage gerade kein Filter. Rennt. Ist denn jetzt alles 45? Jetzt ti banal. Dies. Du bist quoianca?